Sich frisch machen, neu machen, das kann man ja ab einem gewissen Punkt im Leben gar nicht mehr so oft sagen. Ich habe mich hier in der Oper neu gemacht, bin quasi eine Art von Opernküken. Wir haben ein Streicher-Innenquartett, Vorhänge und Auf- und Abtritte, ein Charaktertenor. Wir können von oben auf die Spezialisten gucken, wie sie spielen. Die Sänger sind sprühnebelnah. Ein bisschen tiefer, dass wir mehr abschweben. Okay, ja. So ist es gut. Wie bin ich denn hier eigentlich gelandet, ja? Weltin bin ich euch! Wir brauchen einen Neuanfang. Können wir mal einen für uns machen? Bitte. Eins, zwei, drei. The Making of Blond. Kommt ihr bitte? Kühlein? Ich hier. Körstner? Zwach? Vogel? Das sind die alten Geschichten, die wir neu erfinden. Salome, die hat eine Mama, die hat einen Papa. Ich bin Gesine Dankwart und das ist unser, aller und hoffentlich auch ihr, Blond. Noch nie ist es mir so schwer gefallen, einen Text fürs Später zu schreiben. Und das ist sie, was wir noch nie sind. Der Date ist mir so schwer gefallen, aber auch ihr darfst später. Ich bin Gesine Dankwart und das ist wichtig. Du bist so großartig. Untertitelung des ZDF, 2020